Ich wollte eigentlich nie das machen, ich wollte eigentlich immer Pilot werden und habe dann auch nach der Schule einen Pilotentest gemacht und bin da aber durchgerasselt. Wer bist du und in welchem Bereich bist du tätig? Mein Name ist Julian Spillner, ich bin im Filmbereich tätig, arbeite als freiberuflicher Regisseur, mache vor allem Werbung und Musikvideos und nebenbei arbeite ich auch noch als Filmtutor an der Filmschule. Wie bist du zu deinem Beruf des Regisseurs gekommen? Das ist eine gute Frage. Das ist ja bei solchen Jobs meistens nicht so einfach, gradlinig. Man macht eine Ausbildung und dann hat man den Job, sondern das ergibt sich irgendwie so ein bisschen. Bei mir war es tatsächlich so, ich wollte eigentlich nie das machen. Ich wollte eigentlich immer Pilot werden und habe dann auch nach der Schule einen Pilotentest gemacht und bin da aber durchgerasselt und war dann so ein bisschen so, was mache ich jetzt und habe dann einfach angefangen, was zu studieren, so ein bisschen so von wegen, ach, machst mal was. Und das war digitale Medien. Und was ich vorher schon nebenbei die ganze Zeit immer gemacht hatte, war als Fotograf zu arbeiten, beziehungsweise ich habe angefangen zu fotografieren ganz früher, als ich ganz klein war mit meinem Vater irgendwie und habe dann das lange gemacht. Und seitdem ich 18 bin, habe ich das dann so ein bisschen nebenbei freiberuflich auch gemacht, erst um so Gear zu kaufen und dann ist es halt immer professioneller geworden und dann später halt als Nebenjob, dann neben dem Studium. Und dann war irgendwie im Studium, gab es eine Aufgabe, wo wir Film drehen mussten und da habe ich, das war so ein Klickmoment für mich, da habe ich gemerkt, ey, das finde ich geil, das macht mir Spaß, das will ich irgendwie machen, aber so richtig wie und wo und warum und was war mir da dann auch noch nicht klar. Und nach dem Studium habe ich dann gesagt, okay, irgendwas mit Film, aber was weiß ich auch nicht so richtig und bin dann nach Berlin gegangen und habe ein Praktikum gemacht in einer Produktionsfirma, weil ich so war, okay, irgendwo in die Mitte rein, dann kannst du alles sehen. Habe das auch ein bisschen gemacht, dann haben die mich übernommen, dann habe ich da eine Zeit lang als Produktionsassistent gearbeitet und fand das auch ganz cool, habe da super viel gelernt so, aber war nicht so richtig das, was ich machen wollte. Und dann wollte ich eigentlich nochmal studieren, wollte eigentlich Regie dann studieren, weil da hat man dann so das Gefühl, okay, du willst das und das machen, okay, dann musst du das studieren, so funktioniert das im Leben irgendwie. Habe mich dann beworben und wurde dann nicht angenommen. Und dann hatte ich so eine Kurzschlussreaktion und war so, ach egal, ich mache es jetzt einfach mal, ich probiere es jetzt einfach mal und habe mich selbstständig dann nochmal als Regisseur gemacht in Berlin. Und das war jetzt vor über fünf Jahren, seitdem mache ich das. Und habe dann einfach so, learning by doing, das probiert mit den Kontakten, die ich vorher hatte und es hat sich bisher ganz gut ergeben. Und das mit dem Unterrichten kam irgendwie dieses Jahr dazu. Was sind deine typischen Aufgaben? Es ist immer witzig, weil das ist zu einem Regisseur eine sehr schwierige Frage. Ich sage immer, wenn Leute fragen, was sie machen, dann sage ich oft, das weiß ich selber gar nicht so genau. Ball ist so eine, also eine Führungsposition halt, wo du vor allem halt Team führst. Du bist quasi an erster Stelle im Filmteam und du sorgst quasi dafür, dass alle an deiner Vision im Endeffekt arbeiten und du machst halt ganz viel, ja, solche Aufgaben. Es kommt immer darauf an, ob man jetzt eine Produktion hat oder keine Produktion hat. Jetzt gerade zum Beispiel sind es halt super viele Zoom-Calls, aber sonst ist es auch viel Schreiben tatsächlich, viel Pitchen, also sich um Aufträge bewerben quasi, viele Ideen sich überlegen, die ausformulieren. Das kann manchmal sehr frustrierend sein, weil man dann Projekte, die man gerne machen würde, nicht kriegt. Und bei der Produktion ist es dann halt so, viele Entscheidungen treffen, also irgendwie Casting machen, Location scouten, entscheiden, welches Location, welches Casting, entscheiden, mit welchem Team du arbeitest, wer sind die wichtigen Teammitglieder, wie ein Kameramann, wie solche Sachen, viel Networking mit verschiedenen Produktionsfirmen. Ja, es ist halt echt viel, viele E-Mails schreiben, also man, manchmal, glaube ich, stellt man sich so einen Job so ein bisschen glamourös vor und so, weil viele Sachen sind halt auch wie jeder andere Job. Also ich sitze viel vorm Computer auch und schreibe E-Mails, schreibe Ideen, schreibe Sachen. Das Schöne ist, wenn es dann zur Produktion kommt, das kann halt sehr, sehr, sehr vielschichtig sein, je nachdem, was für ein Projekt anderen macht. Was sind dabei deine Lieblingsaufgaben? Ja, tatsächlich ist, da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Meinungen bei Regisseuren, aber mein Lieblingsteil ist auf jeden Fall das Drehen. Also wenn du wirklich am Set stehst und es passiert quasi, die Kamera läuft, das, was du dir irgendwie vorher ausgedacht hast, kommt irgendwie, muss jetzt irgendwie da hingelegt werden und muss dann funktionieren irgendwie. Das sind immer die stressigsten Tage auch, also so 10, 12-Stunden-Tage sind da sehr normal, manchmal auch länger, aber trotzdem sind es auch so sehr schöne Tage, weil da halt viel passiert. Und was mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut daran gefällt, ist, dass es halt immer in einem Team irgendwie ist und in diesem Team ist irgendwie jeder der Beste in irgendwas. So, es gibt halt einen, der ist für das Licht zuständig, der ist halt der Beste im Licht. Dann gibt es einen, der ist für die Kamera zuständig, der ist die Beste im Kamera. Dann gibt es einen, der ist für das Make-up zuständig oder eine, die ist darin die Beste. Also es ist so, egal, welche für eine Frage du hast, du hast halt immer einen, den du ansprechen kannst, wo du weißt, der hat die Antwort quasi. Und obwohl es irgendwie eine sehr hierarchische Arbeit irgendwie ist, fühlt es sich trotzdem nicht so krass an, weil trotzdem jeder irgendwie so seine Expertise hat und irgendwo ganz oben steht quasi. Das gefällt mir tatsächlich am besten. Was mir auch gut gefällt, ist auf jeden Fall auch dann Editing später in der Postproduktion, weil das ist so dann der erste Moment, wo dann alles, was man gedreht hat, zusammenkommt. Das finde ich sehr schön, weil da merkt man so zum ersten Mal, hat das, was ich mir überlegt habe, funktioniert das eigentlich? Und ich finde auch die Zusammenarbeit, also ich mache das dann oft mit einem Editor zusammen, das heißt, wir sitzen uns zu zweit im Schnitt und ich finde es irgendwie eine schöne Zusammenarbeit, da kann man schön irgendwie die Bälle spielen und Ideen aneinander ausprobieren und da passiert irgendwie immer noch sehr, sehr, sehr viel mit dem Film, den man am Ende macht. So der entwickelt sich im Schnitt irgendwie nochmal auf so eine neue Ebene. Das finde ich auch immer sehr schön. Welche Aufgaben machen dir nicht so viel Spaß, sind aber notwendig für deinen Job? Es gibt immer, immer viele Sachen. Bei mir ist es halt vor allem tatsächlich Schreiben, was jetzt vielleicht komisch klingt, weil das, glaube ich, bei vielen Leuten, die mögen das sehr gerne und das ist halt auch ein sehr, sehr großer Teil tatsächlich davon. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich denke mir dann irgendwas aus und dann bin ich so, okay, ich habe es mir jetzt ausgedacht, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, lass machen. Und dann kommt aber dieser komplette Prozess so, ich muss jetzt erstmal aufschreiben, dann muss ich das irgendjemandem schicken, irgendjemandem verkaufen, der muss dann irgendwie sagen, ja, okay, wir machen das so und so. Das heißt so, dieser Teil zwischen, ich habe mir was ausgedacht und ich mache es, der ist halt sehr langatmig und oft gibt es da halt dann auch so, dann wird das Projekt nichts oder dann gewinnt jemand anderes den Pitch. So, dann hast du dir was ausgedacht und das Projekt findet dann nicht statt. Das ist tatsächlich oft auch frustrierend. Da muss man, glaube ich, sehr, da muss man lernen, mit umzugehen. Man sagt so im Schnitt, man gewinnt so ein aus zehn Pitchen. Das heißt, das ist sehr wenig. Das heißt, man muss sich so ein bisschen noch damit abfinden, dass man oft irgendwie so enttäuscht wird, weil vielleicht ein Projekt nicht stattfindet. Welchen Ausbildungsweg würdest du jemandem empfehlen, der gerne Regisseur werden möchte? Wahrscheinlich hat diese Person ein Smartphone. Dieses Smartphone hat eine Kamera. Mehr brauchst du nicht. Damit kannst du deinen ersten Film drehen. Damit kannst du anfangen. Es gibt unfassbar viel Ressourcen online, wo man Sachen über Kamera Equipment lernen kann, über Schnitt, über Kamera Führung. Da gibt es extrem viele gute Ressourcen, wo man viel lernen kann. Ich habe auch viel selbst mir beigebracht. Man kann Editing extrem einfach auch lernen, wenn man einen Laptop hat. Irgendwie über Da Vinci Resolve zum Beispiel. Da gibt es eine Umsonst-Version. Also die Hürden, um in die Filmbranche einzutreten, sind so gering, wie sie noch nie waren. Und ich glaube wirklich, im Besten geht es einfach learning by doing. Ausprobieren, Fehler machen, nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Was glaube ich wichtig ist, ist Leute finden, die auch Bock darauf haben, damit man das zusammen machen kann. Weil Filme machen ist so ein bisschen Teamsport. Das ist schwer alleine zu machen. Welches deiner Projekte fandest du besonders interessant? Es gibt viele Projekte. Jedes Projekt ist irgendwie schön. Es gibt immer irgendwas Schönes. Man lernt immer irgendwie was auf Projekten. Was ich tatsächlich jetzt so im letzten Jahr was schön war, war, einmal haben wir im Herbst haben wir drei Musikvideos am Stück für eine Künstlerin gedreht. Back to back to back. So alle hintereinander weg. Das war irgendwie eine coole Erfahrung. Zum einen, weil wir relativ lange dann halt zusammen waren und gedreht haben. Und es irgendwie auch cool war, so mehrere Sachen mit ihr zu machen. Ansonsten hatte ich noch ein Projekt im Sommer. Das war irgendwie auch cool. Da war ich Teil des Teams bei einem Werbedreh für einen Alkoholhersteller. Und da haben wir in der Werbung gedreht mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle. Und es war für mich irgendwie so ein krasser Moment, weil ich war es irgendwie so das erste Mal, dass ich Jürgen Vogel gesehen habe, war ich irgendwie ganz klein und habe irgendwie Emil und die Detektive im Kino gesehen. Da war ich wahrscheinlich zehn oder sowas. und jetzt so fast 20 Jahre später arbeite ich halt mit dem. Und das sind dann so Momente, wo ich so denke, so wow, absurd irgendwie. Was sind Sachen, welche du in der Zukunft gerne machen möchtest? Eigentlich habe ich immer gesagt, ich will Rapper werden, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, das ist tatsächlich gerade irgendwie, ich glaube, du fragst diese Frage in einem falschen Moment. Ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich gesagt, ich würde gerne nochmal ins Ausland gehen und vielleicht auch nach Amerika zum Beispiel gehen, nach New York oder so und da nochmal arbeiten, weil ich glaube, dass es vor allem auch in der Branche, in der ich bin, interessant wäre. Einfach so von der Arbeitsweise ist es, glaube ich, nochmal was anderes. und das hätte mich schon irgendwie interessiert, aber ich glaube, jetzt würde ich das nicht mehr machen wollen. Also zum einen natürlich, weil durch die globale Situation das im Moment super schwierig ist und auch nicht absehbar, wann das wieder möglich ist, aber auch mal gucken, was jetzt die politische Situation in Amerika macht. Also ja, ich glaube, was ich tatsächlich schön fände, wenn es mal irgendwann wieder geht, wenn ich so ein bisschen mehr Auslandsdrehs noch machen würde. Ich habe so ein paar Auslandsdrehs gemacht. Ich habe mal ein Musikvideo in Barcelona gedreht zum Beispiel und das ist irgendwie immer schön, wenn man so, weil es ist dann so ein bisschen wie Klassenfahrt, weißt du, dann fährt man irgendwo hin und man fährt mit dem ganzen Team oder halt mit dem Kernteam und hat dann ein Team vor Ort. Das ist dann, das ist irgendwie spannend und ich glaube, das wäre schön, wenn das irgendwie noch mehr klappen würde. Ansonsten möchte ich mir einen Hund holen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018